ich das denn oder oben ist doch ein bisschen so was ja gut dann immer gleich dran oder jetzt so was genau mühse ich jetzt hier nicht mehr so viel haben wir hier noch was geld für mich alles neben alles neben wir brauchen jeden cent da würde ich ja noch dran bitte machen wir das wohl von hier aus filmabende jeden freitag verpflichtend also ich glaube so was hatten wir schon mal können wir drehen bringt mich viel hauptsache wir uns gesehen so wo ist mein der scheint von der anderen seite noch ein wenig verschmutzt so wieder leer was deswegen hier oder was oder wegen da unten den drei blutspritzern ja ok holen wir halt erst neues wasser das hat ja gut funktioniert so das sollte jetzt gehen da ist mich fast aus der kurve getragen so so sack komm doch mit komm doch mit da dafür ups na da wo ich wollte ich wollte ey du sitzt dich da runter voll ein bisschen doof ach können wir nachher nochmal wir kommen ja eh nochmal vorbei öhm So, da ist ein ganz kleines bisschen Blut, dass wir da unten ein bisschen Blut. Wie geht es vielleicht hier? Ist doch nicht so schwer. Okay, ich glaube, das war nicht so cool. Hier ist ja kein Blut, ne? Das sieht in Ordnung aus. Gucke nicht, dass wir irgendwie Beweise oder sowas übersehen. Oh, sieht das mal okay aus. Okay, hier gibt es wieder etwas Müll zu entsorgen. Na gut, aber ganz schön scharf geschossen. Okay, Müll fertig. Okay. 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 Und da ist ja auch ganz schön gemütet. Moment. Okay. 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 gut daneben. Okay. 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 Wir machen mal so, als gehört das jeden. Okay. 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 Haben wir dass am ende auch wenn es denn irgendwie schwierig wird an bestimmte dinge ranzukommen schauen wir mal so hier war ein bisschen blut und hier war noch ein bisschen mehr blut okay okay haben wir ein blut jetzt hier alles soweit so gut möbel wieder auf ihren platz 2 von 19 da haben wir noch mal gucken was da so der scheint richtig zu sein dir was gibt der richtige stand 8 von 19 der stand bestimmt richtig aber der muss auf die andere seite oder wie hey der tisch die brauche ich richtig es wird nicht so gut ja aber etwas das ist die brauche mhm doch Die stehen wohl auch richtig. So, Kasten da noch mal hin. Okay, 14 von 19. Hier sehe ich gerade nichts. Dann vielleicht nebenan. Das ist sehr wahrscheinlich, dass hier Dinge vielleicht noch nicht richtig stehen. Hier muss ein Stuhl hin. Oh, nee, warte. Der war hier schon richtig. Der auch. Der auch. Die scheinen alle so richtig zu sein. So, drei Sachen fehlen noch. Hier noch was? Sehe ich nichts. Und hier bin ich wieder aus dem Raum raus. Drei Sachen fehlen. Oh, Moment. Okay, drehen wird nichts bringen. Ja, John hat hier viel sauber gemacht. Das können wir auch mal gebrauchen. Können wir das nicht irgendwo hinhängen? Doch. So, zwei Sachen noch. Oh. Was könnte denn jetzt hier falsch stehen? Also das Ding ist halt, mir wird so nichts. Da fehlt noch ein Stuhl, okay. Da hinten ist noch einer. Da sind wir wieder aus dem Bereich raus. Es fehlt noch ein... Ein verdammtes Mühebestück. EZ-Nix. Der Raum ist noch unübersichtlich. Da könnte noch was sein. Die Wasserflasche ist vielleicht da. Eher nicht, ne? Ähm... Aber das Bild eben habe ich auch nur schlecht gesehen. Vielleicht ist da ja... Ach, sowas. Oder das. Okay. Damit sind wir in diesem Arbeitsbereich fertig. So weit, so gut. Jetzt haben wir noch das Problem, dass wir immer noch nicht da hinten irgendwo drauf kommen. Da liegt ja auch noch eine Leiche. Da müssen wir sowieso irgendwie noch hin. Was ist denn hier überhaupt? Scheiße. Sicherung ist an. Da brauchen wir also nichts machen. Hier durchzugehen hilft niemandem. Das kann ich nicht nehmen. Das kann ich nicht nehmen. Jetzt hätte ich das eventuell als Leiter benutzt, aber... Öffnen kann ich die... Wow. Kann ich den mitnehmen? Kann ich den klauen? Kann ich den klauen? Hm. Da oben kommt man entlang. Aber von wo? Aber von wo? Mal kurz gucken... Ich habe hier irgendwo noch ein... Achso, die geht von der Seite auf. Gut zu wissen. Hier geht leider nichts. Gabel Schabler fahren kann ich auch nicht machen. Schade. Okay, dann ist aus dem Bereich hier nichts mehr möglich. Ich... Und hier oben weiter. Ähm... Gibt es auch noch nicht so richtig. Gibt es auch nicht so richtig? Ja. Hier drin ist nichts los. Der geht aber noch nicht. Ich... Konnte ich vielleicht da mit... Muss der nicht irgendwo hin? Ich konnte mich hier kennen. So... Ich finde Hinweise darauf, was passiert ist. Da haben wir erst einen von vier hier unten. Ich... Alter Erdgeschoss. Das ist wieder ein anderer Bereich. Den haben wir aber erledigt. Ich... Ich... Das irgendwie... Das sieht so falsch aus. Ich dachte, ich könnte das gerade rücken. Aber nein. Achso. Hier war auch dieses Ding. Stell die Möbel an ihren Platz. Da hatte ich auch eins. Noch nicht richtig. Könnte meinen Eimer mal wieder mitnehmen. Ich weiß nicht, wo ich da noch Hinweise finden soll. Dann... Ich hoffe nicht irgendwo da oben drauf. Aber möglich ist einiges. Warte mal. Wieso komme ich da nicht hoch? Und hier ist doch was. Das will ich haben. Okay. Das macht es natürlich gerade nicht einfach, wenn man hier auch noch so Kletteraktionen betreiben muss. Und man ja gar nicht weiß wohin. Da komme ich natürlich nicht hoch. Da kommen wir rüber. Dann kämen wir zwar hier hoch, aber es bringt niemand was. So. Ja. Die finde ich gerade... eher wenig. die kriegen wir auch noch nicht auf. Immer noch nicht. und hier unten hatten wir ja glaube ich auch alles. Und hier unten hatten wir ja glaube ich auch alles. Die gab es ja auch nicht viele. Da waren wir durch, durch den Special Room. Okay, hier unten ist wohl erstmal nichts zu holen. Jetzt ist halt die Frage, ob ich in dem einen Raum bestimmte Karten umstecken muss. Ähm, warte mal, da ist nichts mehr, oder? Schlagen? Ne, schlagen. Ich schlage nicht auf den Laptop. Nicht, wenn ich keinen Grund dazu habe. So, da haben wir zwei Karten drin. Jetzt haben wir da auch noch eine drin. Jetzt müssten wir quasi eins wieder ausmachen. Der ist an, der ist an, der ist an. Hierfür fehlt noch eine Karte. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer immer für was ist. Okay, ich glaube, jetzt ist das eine Laufbahn ausgegangen, oder? Was ist jetzt angegangen? Ah, okay. So, jetzt habe ich aber ein Problem. Wenn das Laufband jetzt aus ist, kann ich den nicht so einfach weggeschicken. Aber vielleicht mache ich einfach eine andere aus. Und das Laufband wieder an. So, Moment, den hatte ich jetzt neu reingeparkt. Und dann machen wir den mal aus. Oder war der neu? Und das Laufband war dann das. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der neu war, oder? Äh, müssen wir mal gucken. Moment, wo war denn das jetzt hier? Na, okay, der Aufzug ist ja dann noch. Oder? Also, funktioniert der Aufzug jetzt oder nicht? Das ist die Frage. Na, das ist aber nicht das, was ich wollte. Jetzt war ich runter, ich wollte eigentlich nach oben. Oh, hier war ich jetzt mal eh, eh, nicht wieder wegfahren. Tolle Wurst. Ach so, jetzt muss man wieder... Fährt der Aufzug jetzt immer hin und her? Hab ich den gerade wieder gerührt. Also, nicht hin und her, hoch und runter, natürlich. Äh, gut. Ich kann ihn wieder kommen lassen? Ich würde dann gerne nach oben. Ort freigeschaltet, ne, also. So, siehst du, von hier aus komme ich dann da hinten. Da wollte ich ja eben immer die ganze Zeit hin. Aber, bevor ich das mache, erstmal kurz hier nach oben sehen. Ich hoffe, ich finde hier mal wieder irgendeine Wasserquelle. Hier sieht es ja eigentlich hübsch aus, ne, bis auf hier. Okay, warte mal, ich schmeiß den eben mal hier hin. Den können wir ja dann gleich noch mit einem anderen kombinieren. So, hier ist ja mehr unaufgeräumt, als dass es irgendwie dreckig wäre. Kämölhammer. Kämölhammer. Äh, warte mal. Was ist hier das Problem? So weit, so gut. Das brauchen wir noch. Bastards, if not for me, they will already be dead, they aren't even in a position to negotiate. Keep them on a tight leash. Look where that neglect got you. There is still another monitor, there is one down there. So, that's okay, the stool, the can a little bit here. A little randaliert wurde ja schon, aber ohne Blut. So, Möbel hier alle wieder in Ordnung. Beweise sammeln, da fehlt noch einer. Das gönne ich mir noch. Das auch. Ähm, was war das? Zigaretten? Die sind kein Beweiser, aber den können wir auch noch mitgehen lassen. Hm, wo könnte noch ein Beweis sein? So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hier irgendwo. Nicht so aus. In dem Raum. Da. Johann Abrams, Notizen, äh, 45 Jahre alt, Notizen, äh, Drogenabhängig, Spieler, hat seine Firma in einer Wette verloren. Frau und Kinder wissen es nicht, hat Geldprobleme. Johnny Bravado, 300 Jahre alt, Notizen, Studien, Abbrecher, Studien, Kredit, Krank vor Stress, unbezahlte Arztrechnung. So, sammeln wir ein. Okay, sind wir in diesem Bereich auch fertig? Bis zum Beispiel. Mal sehen, Psychology.